Ich will da nur noch zurück! Geh mir aus dem Weg! Ja, meiner Mutter, schrecklich verbrannt. Geh weg! Was hast du mir zu sagen? Brauch den Tiefschüssel nicht. Ja, ja. Hm, Madame erwachte, nachdem ihr Baby ausgegraben wurde. Sie erinnert sich nicht mehr an uns. Ich hab Angst. Dies kann ich verstehen. Was hast du mir? Ich mein, du wirklich was sagen wirst... Warum ist da so eine Latenz in meinen Bedienungen? Ein Skelett, ja. Okay, Skelett sagt gar nichts. Na gut, dann müssen wir mal schauen. Ob wir hier in diese... Nein, ich saug da, sei nicht weg. Ich möcht's gern verbrennen, das macht mehr Spaß. Ein Fresko? Ein Tonic? Ja. Dann holen wir die anderen mal nach. Wenn das hier so ohne weiteres funktioniert, sieht aber gut aus bisher. Nein! Ich muss es irgendwann lernen! Klappe Alten! Und da ist ein Tonic, das ist mir gerade ganz, eigentlich ganz recht, aber ich würde es doch lieber aufheben. Weil wer weiß, wann ich hier nochmal komme und überhaupt... Buchstaben... Siebte, sechste... Das Grab war... Zerstört. Sie... Verfluchte... Wie besetzte das Haus im Sinne von... Verdammt! So, Geisterbesetz... Name... Ihr wisst, was ich meine, verflucht! Hi! Wir brauchen zwei... äh, Dinger, um... ...die Lady... ...zu... ...um der Lady gegenüber zu treten. Hmhm. Ein Wolf, jetzt krieg ich langsam Angst. Ich glaub, ich bin schon... ...ne Gegnerheit da schon weiter, als ich wollte. Der macht auch noch richtig Schaden, diese auch. Okay. Ehm. Okay, wir brauchen den Low ja nicht mehr, angeblich. Andererseits brauchen wir die Axt noch? Ich glaube ja nicht. Nur damit's mir besser geht. Okay, wegsaugen. Oh Mann, 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 oh Mann Ah, so geht das. Okay, und weg von dem Feder. Noch ein Tonic. Na, erstmal durch. Geh weg! Geh weg! Hm. Hm, praktisch? Nicht so wirklich. Okay, dann kann ich das eine Tonic nutzen. Was müsst ihr jetzt... Hui, Allah, die Waldfee! Entschuldigung, aber... Oi, oio, 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 oio. Okay, und was ist das für ein Schlüssel? Den will ich jetzt aufheben. Ach, Ritter, geh mir nicht aus dem Sack. Du hast da eh nichts drauf. Puck dir mal mein Leben an, ich bin praktisch Gott. Juuu, die wird schon wieder eingefrüßtet. Was ein bisschen unpraktisch ist jetzt, wo ich's nicht seh. Nein. Ja. Okay. Zwei Schlüssel genommen, ja, das ist mir schon klar. Ah, nein. Wenn ihr jetzt während der weggezogen würdet, mir noch... Nein. Nix da. Wo ist er? Hier? Okay, da ist ein Tonic. Ist gekauft. Und nackst. Und was für Gegner? Ähm. Nee. Nee, 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 nee. Okay. Was hast du gerade für einen Angriff? 200, 682. 280, 213. Ist gekauft. Das Problem ist, ich komm da unten... Ja. Wenn der Low-Schlüssel nicht passt, was er nicht tun wird. Oh, da ist ja noch ein Weg. Oh, hm. Oh. Und ein Tonic, das ist gut zu wissen. Und hier war ich schon irgendwann mal. Ja. Da laufe ich sowas von weg. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, Gegner. Genau wie vor diesen Steinchen. Edge. So, wo sind wir hier? Bei noch nem Tonic. Das kommt mir bekannt vor. Kann das sein? Okay. Ich will jetzt wissen, was für ein Speer das da ist. Ein Shiny-Sperr. Hm. 230, 173. 233, 193. Okay, dann wäre die sinnvolle Logik, du tauscht aus. Nein. Du tauscht aus, meinte ich. Nein. Nein. 260, 198. Moment. Jetzt muss ich nochmal... Entschuldigung, aber... Ähm... Okay. Das ist auf jeden Fall besser. Ich hätte gerne... Ich hätte gerne... Ähm... Weiß ich nicht. Das hier gelassen. So ein Tonic ist wichtig. Verdammt. Ähm... Ähm... Wo bist du? Das ist gut. Wenn man automatisch eh dahin kommt, dann... Los! Fang mich, fang mich! Ich guck mal, ob hier nicht noch was war. Ne. Das war ne dumme Idee. Ganz dumme Idee. Ich möchte weglaufen. Komm. Fang mich, fang mich! Hallo? Lauf ich halt rein. Jetzt will ich mich verarschen. Na also. Und die, ja. Und wir haben ja jetzt die zwei Schlüssel. Mal sehen, ob wir die Tür damit aufkriegen. Nö. Das wär also... ... wieder für Reiko. Ähm... Ich bin mir nicht sicher, allerdings hat bessere Waffen und so, ne? Naja, gut. Das bisschen Schaden ist auch nicht mehr so schlimm. Die... Okay, wo war hier? Ja, nee. Als ob. Okay, 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 okay. Mal sehen, ob die es bis dahin schaffen und dann auch von so nem lustigen Irrlicht weggezaubert werden können. Nachdem ich hier weglaufen bin, das ist mir zu gefährlich. Haha! Komm, Zauberirrlicht, krieg mich! Moment, hat vielleicht jemand noch ein bisschen was frei, dann könnte ich den, 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 den Edelstein sogar noch mitnehmen. Das wär vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich weiß ja nicht, ob ich ihn noch mal brauche. Mist. Oh Gott. Hm. Hm. Ich werd jetzt bestimmt nie das Tonic hier lassen. Ah, da sind sie, ja. Nein. Nein, ich kämpf nicht gegen dich. Seh ich gar nicht ein. Da lauf ich lieber weg. So. Ähm. Eko? Lass dich bitte auch noch fahren. Ich weiß, klingt jetzt doof. Macht aber durchaus Sinn. Wenn die uns eh immer zum gleichen Ort bringen, ist das sehr von Vorteil. So, und die... Ja, das ist sehr schön. Und dann gucken wir mal, ob wir die Tür aufmachen können und was da drin ist. Na. Nicht mit den beiden, nein. Nein. Hm, die geht schon mal auf. Könnte interessant sein, was da drin ist. Okay. Dann täte ich ja mal fast sagen, ich verabschiede mich für den Moment und level hier ein wenig. Weil, ich mein, Hallo, jeder hat einen Tonic und da steht noch eins. Das ist... Und ich kann noch... Noch kann ich zurück und da war auch noch irgendein Tonic. Also noch eine bessere Gelegenheit krieg ich im Moment nicht. Deshalb ist gleich. Ich glaube, ich habe übertrieben. Ja, also meine Dreiergruppe, die hier ist, glaube ich, auf maximalem Level. So in etwa. Naja, und die andere... Äh. Also nicht diese, sondern diese hier... ...ist nah dran. Wie gesagt, nur nah dran. Hat mich allerdings auch einiges an Zeit gekostet, aber gut, das ist jetzt relativ... Mh, sagen wir mal uninteressant erst mal. Oh, Mann. What the fuck? Hilfe! Och, habe ich Angst. Yeah. Yeah. Wie, du stehst noch? Oh, wieder kommt was. Ah. Ja. Was zum... Noch eine blaue Kerze. Brauche ich die? Brauche ich die für irgendwas? Ähm. Na, der hat ja sein können. Okay, das ist mir zu voll. Hier gehen wir uns erstmal weiter umgucken. Bäh. Hm. So viele verschlossene Türen. Äh, da würde ich sagen, brauche ich nicht weiter drüber nachzudenken. Da muss mal die Kleine zum Einsatz kommen. Ach ja, die könnten wir noch umhauen, glaube ich. Jo. Nee. Moment, hier oben war Türen. Naja, diese nervigen Ritter. Diese nervigen was auch immer. Ritter! Natürlich! Na nü. Warum... Mit meiner Hauptgruppe mit einem Mal? Habe ich irgendwas verpasst? Egal. Okay. Okay. Das ist aber blöd. Oh. Nee, ähm. Ähm. Ja, versuchen wir's mal mit dem. Auch nicht. Nein, ähm. Oder mit dem. Auch nicht. Muss ich jetzt nicht raffen, oder? Das ist so. 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 Das ist so.